Ja, ich habe wieder mein türkises Trikot ausgepackt heute aus gegebenem Anlass. Leider habe ich jetzt auf die Gache keine Ohren gefunden zum Aufpicken, aber ihr kennt euch trotzdem aus, glaube ich. Abstand, nicht zum Stehen, ein, zwei Meter müssen es sein, Baby-Elefant, kein Fistl, kein Empfang, Maulkorb im Gesicht, ist nun immer Pflicht, kein Kabarett und kein Konzert, sonst werdet ihr wieder eingesperrt. So geht's für euch weiter, sonst seid ihr Mörder, Lebensgefährder, für euch doch gilt das leider, aber nicht für mich, weil ich bin der Basti. Und mach, was ich will, weil ich kann mir das leisten, und auf echte Touri... Mario, tu dir nicht versündigen.